In diesem Filmpaket befassen wir uns mit dem Deutschen Kaiserreich zwischen 1871 und 1914. Zunächst soll es uns aber um die Entwicklungen bis hin zur Reichsgründung 1871 gehen. Denn die deutsche Bevölkerung sehnte sich schon lange nach einem Nationalstaat. Werfen wir nun aber einen Blick auf die Verfassung des Reichs von 1871. Sie enthielt den politischen Rahmen für das Kaiserreich. Das Deutsche Reich von 1871 war eine konstitutionelle Monarchie. Der Kaiser war das Staatsoberhaupt. Er hatte den militärischen Oberbefehl. Und er berief den Reichskanzler und die Minister in ihre Ämter. Er konnte sie aber auch wieder entlassen. Politisch war das Kaiserreich ein Obrigkeitsstaat. Als Obrigkeit galten Vertreter des Staates wie Polizei und Militär. Sie waren die Autorität. Und deren Entscheidungen musste man ohne Widerspruch hinnehmen. Ein Sinnbild dieses Obrigkeitsstaates ist bis heute die Pickelhaube. Sie war die Kopfbedeckung von Militär und Schutzmännern. Zuerst jedoch nur in Preußen. Aber schauen wir zunächst auf den Aufbau der Gesellschaft im Kaiserreich. 1879 schloss Bismarck dann ein weiteres Bündnis mit Österreich-Ungarn. Den Zweibund. Die beiden Staaten vereinbarten, sich gegenseitig beizustehen, falls sie angegriffen würden. 1882 trat dann auch Italien dem Zweibund bei, der damit zum Dreibund erweitert wurde. Im vorigen Film haben wir uns ausführliche Dienstleistungen gestellt. Träger vor allem die Beziehung zu stehlich und sie hören haben, um zu gestalten. Nun wollen wir weiteres Stattungsformen wieder ändern. Die Beziehung zu stehlich und siehlich 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 und